Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind hier in der Zeitgeist Gallery, weil wir ja in dieser Realität den Everyday Hero Contest gewonnen haben und können hier jetzt ein bisschen rumschauen. Ich würde mal sagen, das machen wir auch direkt mal. Okay. So, was haben wir da? Artbooks Look. Mit einem Hühnchen. Oh, ein bisschen Murals. Oh mein Gott. Okay. Äh, Donation Box. Na, wir reden erstmal mit ihr. Nice. Das klang irgendwie ein bisschen geschleimt. Na ja, egal. Äh, was war hier in der Donation Box? Look. I need to drop some serious cash in there. Ja, bitte. Sie finanziert sich bestimmt nicht von alleine. Staff only. Können wir nix machen. Da ist ne Blume. Ne, ich will nicht rüber rein. Kann man einfach nur ein bisschen schneller gehen. Newspaper. Gucken wir doch da mal. Wow, Sir. Wow, Sir. A Danny Lee-Article. I left my art in San Francisco. Read. Äh, da, 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 da. Hm, 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 hm. Okay, das ist einfach ein Artikel, haben wir da. Da hätte ich Angst, glaube ich. Okay, wir sind jetzt... Das ist History of Dystopian Cinema. Aha. Das stimmt, das passt zu ihr. Wenn Chloe auf sie aufpasst vielleicht. Und da ist noch eins. Das sieht ein bisschen aus wie der, der bei uns da auf dem Schulhof steht, ne? Ah, da, da, da. Hier vorne ist nix. Äh, kann man mit dem reden? Ne, aber das hier können wir uns angucken. Das ist schon cool, äh, Principal Wells. Können da hochgehen, ne, wir können da hochgehen. Gucken wir uns die hier nochmal an. Ich hörte, Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Nicht mehr. Das war so schockend. Ich habe eine von seinen Monographen, auch. Hör auf, das ist sein. Sein Arbeit wird sehr wertvolles Geld. Das stimmt. Das wird leider wertvoll werden. Nicht mein Stil, aber die Neon ist eine schöne Repräsentation. Oh, shit. Pretentious alert. Er ist irgendwie... Ich weiß nicht, was soll es überhaupt darstellen? Hm, kann man mit denen reden? Hallo. Ist das der selbe Synchronsprecher wie der Jefferson? Wenn ja, dann möchte ich kurz im Strahl kotzen. Äh, was haben wir hier denn gar? Äh, kann erstmal hier vorne gucken. Erzählt der uns irgendwas? Nee. Oh, mein älteres Pärchen. Ich weiß, es ist ziemlich einfach, aber ich finde es haupt. Genau? Der instant Print macht es nicht so glücklich. Nostalgisch melancholisch. Eine Teenagerin. Wer ist der Arzt? Ich glaube, es ist für ein paar Konzerte. Das ist cool. Sieht, ziemlich mature. Hallo. Rede mit mir, du wolltest gar nicht mit mir reden. Hallo? Äh. Ach, geht das wieder nur aus einem ganz bestimmten Winkel? Oh, hey, du bist derjenige, der das Selbstporträtin entgegen hat. Oder eigentlich nimmst du es ein Selfie? Insofern, ich war sehr beeindruckt, wie du es verabschiedet hast, um alle deine Fotosubjekte zu fokussieren. Oh, sehr smart. Ja, ne? Äh, Prinzip... Achso, wir rennen gerade irgendwo vor. Young und Grunge. Er wird über die Tage über die restlichen Lebens in der Präsent. Das stimmt. Gut. Kann man das reden? Noted Photographer and Teacher Arrested for Homicide and Kidnapping. Yep. Das ist unser lieber Jefferson. Kann man mit dem reden? Nee. Der sieht aus wie ein Hipster. Insekt. Luke. Okay. Er ist hier mit seinem Kaviar beschäftigt. Ich bin glücklich, es ist verrückt, glaube ich. Es ist ein bisschen verrückt, hier zu sein, nachdem alles, was passiert ist, Blackwell. All die mehr Grund für Ihre Erfolg. Vielleicht fühle ich mich nicht für Ihre Erfolg. Es gibt das für mich. Ich... Ich sollte mich mehr Pro-Aktiv sein, über Kate Marsh und ihre Schmerzen Situation. Sie ist stark, und ich bin glücklich, dass sie aus dem Hellen gemacht haben. Ich sollte mich mit Nathan Prescott verletzen, oder mit ihm in seinen Arsch. Jefferson fooled us, weil I tried to tell you, dann fühlt er sich jetzt guilty. Not your fault, stimmt nicht. Jefferson fooled us. Er hat ja Tränen in den Augen. Ja, Gott sei Dank. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Strange weather, maybe it's karma. Oh, maybe it's karma. Das ist gemein, aber wir machen das mal. I'd like to think, there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the Buffet calling me again. Okay, jetzt sind wir schon. Ja, man würde sagen, per du mit dem, ne? Champagne, look. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. Okay. Äh. Was haben wir da? Okay. Mit dem können wir auch reden. Kommen wir doch mal. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen, since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Der steht doch nur auf die beiden knutschenden Weiber da, der braucht mir noch nichts erzählen. Äh. How much would you pay for that? Das ist süß. Die sind auch alle süß. Äh. Oh, da ist unser Foto, aber da gehe ich mal ganz zum Schluss hin, glaube ich, erst. Äh. Da, 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 da. Hallo. Um, excuse me. I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Dankeschön. Der ist ein Journalist. Hallo. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Ähm, yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section and I totally did your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images. So I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Okay. Das fände ich gruselig, wenn jemand so mit mir reden würde. Okay, die gucken sich alle mein Bild an, aber wie gesagt, da gehen wir mal zum Schluss erst hin. Ich gucke erstmal noch, was es hier sonst noch gibt. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations and I hope you get a lot more attention. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this shows about specific actions, you know, not just abstract. It makes me feel so sad. Like I was back in high school. Bad Exposure, bad framing, bad picture. I could have done this so much better. Da ist unser Foto. Wir gucken uns das später erstmal an. Müssen wir eigentlich, ich muss mal gerade gucken. Nee, der Knopf war es nicht, der Knopf war es. Äh, da. Da. Äh, das. Okay, ich glaube noch haben wir nichts verpasst. Oder vielleicht doch. Das, das, der da oben könnte von hier sein. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ähm. I wonder if I can buy these Everyday Heroes pictures. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure and I just wanted to let you know how cool your entry was. Thank you, Sharon. God, I love art. You must be the Everyday Hero from Blackwell. Ja. My name is Lauren Francis and I run the Media Department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells, yet. Okay. Das ist voll cool, wir kriegen hier jetzt voll die andere Voter. How do these galleries afford to rent here? Das weiß ich allerdings auch nicht. Ach, hier sind wir wieder da vorne. Gucken wir uns jetzt doch mal unser Foto an, würde ich sagen. Nein, nicht Rewind. Einfach nur ein bisschen schneller gehen. Couch. Können wir sitzen? Oh, wir können sitzen, das ist schön. Ich kann nicht glauben, dass ich hier in San Francisco bin. Wie kann ich das machen, nach all den Todesfass ich gesehen habe, diese Woche? Ich wünsche mir, Chloe war hier mit mir jetzt. Without sie, ich hätte nicht gefangen, Jefferson. Und sie hat mich immer immer nicht gegründet. Ich würde ihr das ja auch wünschen, aber dann wäre das Spiel schon zu Ende. Gehen wir doch mal hier unser Foto angucken. Das scheint ziemlich cool. Oh, das ist der Tonad, wenn man so laut sein muss. Nein! Okay, das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht gesund aus. Oh, was du ein Körger haben? Oh, du hast die Torge gebrochen. Oh, komm. Bitte, Antwort. Max, holy shit, man, ihr짒! Das ist, das ist wahr. Du sah die Tornado, es wird. Was? Oh, nein. Chloe, wo werden Sie? Ich bin schlankst. Ich bin bei den Beja. Chloe! Können Sie die först? Hallo? Hallo? Das ist nicht so gut. Die sehen cool aus. Warte mal. Ist das das Foto, was wir machen sollen? Weil... Nein. Da, da, da. Das zweite von links da quasi. Das sieht schon ziemlich passend aus. Wetten, das muss man wieder aus so einem Winkel machen? Irgendwie... Ähm... Oh Mann, oh, das sieht so richtig aus. Oh Mann, das ist doch hundertprozentig das Foto, oder nicht? Oh Mann, oh... Oh, falls das das ist, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, weil ich find grad wieder nicht den Winkel, aus dem ich das scheinbar machen muss. So, das ist perfekt, dieses Foto. Oh Mann. Von hier aus vielleicht? Ah, okay. Hey, das wird doch nicht. Ich geh jetzt mal hier hoch. Principal Wells ist der noch hier irgendwo? Ne, ne? Hm. Ne? Äh, da ist unser Foto. Warte, die... Ne. Okay, wir fokussen jetzt mal hier an das Foto. Oh, halt die Klappe! Sorry, aber... Äh, nochmal... Äh, Kabel verhält er dich nicht? So sieht gut aus. Yay, wir sind hier. Oh Mann, die Arme. Oh, shit. Das sieht nicht gut aus. Guckt euch jetzt mal an. Das ist einfach überhaupt nicht und wir können... Okay. Okay. Wir können also nur quasi Sachen machen, die hier im Zimmer sind. Da ist das... Ach, da ist das Foto, was wir quasi gerade gemacht haben. Ja, dann... Kaputt machen, ne? Wenn das Foto nicht existiert, können wir es auch nicht einbeißen. Das Foto ist zerrissen. Wir steigen nicht ins Taxi, sondern... Irgendwas mit Jefferson. Wir sind trotzdem im Darkroom. Das sieht unglaublich gruselig aus. Das ist er in seinem Darkroom? Oh, fuck! Gott, nein! Ich bin zurück hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verabschiedet. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte hier sein, nicht hier sein. Jesus. Es ist wie, dass du wieder in meine Klasse zurückkommst. Du bist immer noch aus. Es könnte cool sein, wenn du jetzt eine deiner Patenten-Selfie genommen hast. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max... Anyway... Answer... My question, please. Eat shit and die. Fuck you. Shit and die klingt nicht schlecht, ne? Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey... Your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die... A nose blade is a first world problem. Hört mal, der Sturm ist trotzdem da draußen. Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her... Don't be stupid. Okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Hmm... Geht draußen voll ab, ne? Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could've won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. I think... There's something... ...weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Ne, wir sehen das nicht. Wir sind gefangen in deinem scheiß Raum. Something weird. There's that fear. Oh. Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss... ...of youth. At least... ...that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you... ...no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please. Don't do this. Ich stelle mir ja voll schrecklich vor, wenn man da so bewusst ist, was jetzt gleich passieren wird. Ich mir stelle dich mal vor, die hätte nicht diese Power-Arm, wär trotzdem in der Situation. Oh, ne. Das finde ich total gruselig. Ähm. I promise. This final dose won't hurt. Okay. Scheiße. Scheiße. Was? David! Das war schlecht. Das war noch viel schlechter. Ähm. Schnell rewinden. Und gucken, was wir machen können. Rückwärts. Warte. Hold on. Can I... Can I please ask you for one last... Request? Oh. You got me, Max. How can I deny that face? Turn off the lights. Äh. Turn off the lights. Ist scheiße. Dann sieht... Er hat zwar... Er hört trotzdem noch die Tür. David weiß nicht, wo er ist. Das ist blöd. Some water. Dann ist er vielleicht... Beschäftigt oder so. Play some music. Dann hört er nicht, wie David reinkommt. Das ist gar nicht so schlecht. One last picture. Es ist ein bisschen pervers. Was soll uns das denn bringen? One last picture. Er hat seine Kamera in der Hand. Er kann vielleicht nicht so schnell... Zu diesen... Zu diesen Dingen da. Er hat... Dann hat er die Spritze auch wahrscheinlich noch nicht fertig. Ich weiß nicht. Ich nehm das jetzt einfach mal. Was willst du... Uh... Take... One last picture of me? I... I wanna be your best subject. I almost don't believe that, but... I think you've finally learned from me. Okay. Mal gucken mal, ob uns das jetzt irgendwas bringt. Ich hab grad irgendeinen Erfolg gekriegt. Okay. Okay, die Spritze hat er. Holt er jetzt trotzdem. Ich warte nicht. Bringt uns das was, wenn wir jetzt rewinden? Nee, ne? Warn. Ah. Oh, voll badass. No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Ja... Scheiße. Nochmal zurück. Jefferson, it's over. Äh. You are not going to stop me. Grab your gun now. Got it. Okay, das war's nicht. Äh. Jefferson, it's over. Grab that bottle. Das war's auch nicht. You are not going to stop me. Ah, das Cable. Ah, ich hab's. Ah, ich hab's. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. Ja, warum nicht? Gott sei Dank steckt er die Knappe hier ein. Wer weiß was noch passiert. Das stimmt wohl. Ah, sieht das schön aus. Ja, warum nicht ne? Scheiße, kein Signal. Danke, Herr Jefferson. Aber du brauchst das nicht mehr. Das stimmt wohl. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. War ja ne krasse Folge. David, wir reden gleich. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich lass die jetzt grad noch ausreden. Und sag schon mal Tschüssi. Tschüss.